Hallo ihr Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute zwei neue Lidschattenpaletten zeigen, von denen ich noch gar nichts gesehen habe. Ich habe sie auch nur durch Zufall bei Beauty Bay entdeckt. Ich gehe so einmal am Tag ungefähr bei Beauty Bay auf die frisch eingetroffen Seite, einfach um mal so zu schauen, was es Neues gibt und bin dabei eben auf diese Paletten gestoßen. Das sind zwei neue Wet n Wild Paletten. So sehen sie aus. Ich habe von denen im deutschsprachigen Raum noch gar nichts gesehen und auch im amerikanischen Raum, also zumindest bei den YouTubern, die ich halt gerne schaue, sind die zwei auch noch nicht aufgetaucht. Deshalb dachte ich mir, hey cool, das wäre doch jetzt mal eine Idee für ein Video. Wet n Wild ist auch nicht so teuer. Ich schreibe euch die Preise zu den Paletten in die Infobox. Also das sind gute Drogeriepreise, muss man sagen. Und bei Beauty Bay können wir ja auch aus Deutschland raus ganz einfach bestellen, auch wenn sie nicht mehr in der EU sind, macht Beauty Bay das für euch wirklich einfach. Also ihr müsst kein Geld nachzahlen, sondern das Paket kommt zu euch. Dauert aber halt ein bisschen länger, als es früher gedauert hat. Aber das ist ja nicht so tragisch. Genau. Ich würde gerne erstmal einen Look mit der Coffee Cat Palette schminken. Mit der möchte ich nur einen machen, weil ich die jetzt nicht ganz so spannend finde. Ist halt eine Warm Neutrals Palette. Und mit der Ice Cream Bee Palette, ihr seht ja hier, dass sie einfach spannendere Farben hat. Mit der möchte ich zwei schminken. Die Paletten riechen auch, also die hier riecht nach Coffee. Wegen Coffee Cat. Ich finde auch dieses Design echt, echt süß, muss ich ehrlich sagen. Ja, ihr habt 16 Farben hier drinnen. Erinnert mich so ein bisschen vom Design her an NYX oder auch an die BH Cosmetics. Aber ja, ich bin sehr gespannt. Der Coffee Geruch kommt auch so richtig schön zu mir rüber. Also sehr angenehm, muss ich ehrlich sagen. Und dann würde ich jetzt einfach mal mit der starten und einen Look schminken. Auf beiden Augen eben. Und mit der Ice Cream Bee Palette schminke ich nachher auf jedem Auge einen separaten Look. Genau. Ich gehe als erstes mal in den Ton hier rein und trage mir den mit einem großen, fluffigen Pinsel in die Lidfalte auf. Ich habe ja von Wet & Wild schon einiges getestet. Manches war gut, manches war weniger gut. Also bei Wet & Wild könnt ihr auch echte Hits kriegen. Also für einen sehr, sehr guten Preis. Ihr könnt aber auch echte Misses kriegen. Also richtige, naja, nicht so tolle Sachen. Also Wet & Wild ist da wirklich schwierig manchmal. Man kann da nicht alles kaufen. Was ich zum Beispiel von Wet & Wild über alles liebe, ist die Foundation. Die normale, nicht die Dewey. Die finde ich auch nicht schlecht, aber mir gefällt halt die normale einfach besser. Und eigentlich sind sie, was Lidschattenpaletten angeht, auch ganz gut. Nur hatte ich auch schon welche wie die Kuromi Palette. Ich verlinke euch das auf jeden Fall in die Infobox. Die fand ich nicht so toll pigmentiert, muss ich ehrlich sagen. Die Color Stories sehen immer toll aus, aber ihr kriegt auch oft eben Paletten, die halt einfach nicht so toll pigmentiert sind. Da gibt es manchmal bei Essence dann besseres, muss man ehrlich sagen. Der Ton ist für das, dass es wirklich so ein ganz heller Shade ist, sehr, sehr schön. Ich würde aber als nächstes dann gleich in den hier reingehen und mir den auch nochmal mit dem fluffigen Pinsel so mit in die Lidfalte geben. Einfach um hier nochmal mehr Intensität aufzubauen. Habt ihr denn schon was von Wet n Wild probiert? Habt ihr was getestet? Wenn ja, wie hat es euch gefallen? Und was sind so, wenn ihr mehrere Produkte von Wet n Wild habt? Was sind so eure Produkte, von denen ihr sagt, die muss ich unbedingt mal testen? Mein allererstes Video auf dem Kanal hier war ein Full Face Wet n Wild. Witzigerweise. Ich mag Wet n Wild sehr gerne, weil ich finde, das ist eine coole Drugstore-Marke, die wir halt jetzt auch relativ einfach über Beauty Bay beziehen können, was ich sehr, sehr gut finde. Und ich glaube, Douglas hat es auch, aber die haben halt oft nicht diese richtig coolen Fancy-Sachen, sondern nur das Standardsortiment. Also die Limited Editions kriegt ihr da meistens nicht, leider. Die müsst ihr euch halt über Beauty Bay dann besorgen. Aber ja, also Wet n Wild begleitet mich wirklich von Anfang an meines Kanales. Ist wirklich witzig. Und ich teste auch immer wieder gerne Wet n Wild Produkte. Also wenn ich da was Neues bei Beauty Bay sehe, dann schlage ich auch meistens zu, wenn es mich anspricht. Der Ton war auch sehr schön. Ist halt wirklich ein schönes, neutrales Braun. Und dann würde ich gerne als nächstes in den hier gehen. Der ist so ein Ticken dunkler. Dafür nehme ich mir ein bisschen kleineren Pinsel. Und den gebe ich mir aber tiefer in die Lidfalte. Ziehe aber trotzdem noch wirklich mit bis nach vorne. Ich hoffe auch, dass irgendwann die Spongebob Wet n Wild Kollektion zu Beauty Bay kommt. Auf die geier ich ja extrem, muss ich sagen. Ich liebe Spongebob. Ich habe das früher immer geschaut, weil ich es einfach extrem witzig finde. Und die Kollektion spricht mich wirklich sehr, sehr an. Also wenn die kommt, da schlage ich auf jeden Fall zu. Ich hoffe, dass wir die hier kriegen. Weil in Amerika konntet ihr die ja über Wet n Wild bestellen. Über Ulta, wie auch immer man es ausspricht. Und über Amazon. Und bei uns habe ich es aber bis jetzt noch nirgendwo gefunden. Also nicht bei Beauty Bay, nicht bei Amazon. Eine Wet n Wild Seite haben wir ja hier, meine ich nicht. Ich muss nochmal gucken, aber ich meine nicht. Und wenn, dann war, glaube ich, die Spongebob Kollektion nicht online. Ist schon ein bisschen länger her, dass ich auch geguckt hatte. Die will ich wirklich unbedingt haben. Die Schwämmchen und die Lidschattenpalette. Der Highlighter, obwohl er halt extrem gelb ist und, glaube ich, total komisch bei mir aussehen wird. Aber das wird dann für mich eher so ein... Ich werde ihn einmal benutzen fürs Video und dann so ein Sammlerstück sein, weil ich Spongebob halt einfach echt witzig finde. Also, ja, ich bin zwar 30, aber Spongebob finde ich schon witzig. Da hoffe ich wirklich, dass sie kommt. Auch der war wieder schön. Dann gehe ich jetzt wirklich in den ganz dunklen Ton noch rein. Und den setze ich mir nur hier außen hin. Und verdunkelt damit hier außen. Der ist auch sehr schön pigmentiert. Also, die Palette überzeugt mich bis jetzt schon, ja. Sie ist auf jeden Fall schon mal besser als die Kurumi-Palette, die ich getestet habe. Die ich ja dann auch verkauft habe, weil sie mich einfach nicht überzeugen konnte. Und da muss ich sagen, habe ich einfach zu viel Make-up für, dass ich Produkte behalten möchte, die mich nicht vollends überzeugen. Deshalb bin ich da mittlerweile sehr radikal und sortiere auch aus. Und jemand anders hat sich über die Palette ja gefreut. Auch eine liebe Zuschauerin von mir hat das über Vinted bei mir gekauft. Und hat sich sehr darüber gefreut, weil sie das schon länger gesucht hat. Und so seht ihr, ich wollte es nicht mehr. Jemand anders wollte es aber unbedingt und konnte es nicht mehr bekommen. Und ein ungeliebtes Produkt von mir ist jetzt zu jemand anderem umgezogen, sozusagen, der es vielleicht mehr liebt. Also, sowas mag ich sehr, sehr gerne immer dann. Dass jemand anders seine Freude dran hat, bevor es eben bei mir vergammelt, um es mal so blöd zu sagen. Sehr, sehr schön. Und ihr seht, die Töne lassen sich wirklich super miteinander verarbeiten. Also, richtig cool. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nach dem letzten Test nicht mitgerechnet. Aber ich bin positiv überrascht. Ich ziehe das jetzt einfach noch hier so ein bisschen runter. Mal nur ganz leicht. Cool. Gefällt mir sehr gut. Ja, zwar neutral, aber ich finde es ein richtig schöner, neutraler, smoky Look, den ihr trotzdem so für die Arbeit auch tragen könnt. Dann würde ich, glaube ich, in den Schimmerton gehen. Der spricht mich sehr an. Ich swatch euch aber gleich auch noch ein paar Töne davon natürlich. Einfach damit wir das sehen können. Bei den Schimmertönen bei White & Wild, das sind meistens so ein bisschen Misses. Ja, wie wir hier auch wieder sehen können. Gut, dann probiere ich es einfach mit einem anderen. Ich möchte nicht aufgeben. Ich gehe dann in den hier. Vielleicht sieht man den ein bisschen besser. Ja, der ist schon besser. Der ist auf jeden Fall besser. Ist jetzt nicht der Schimmerton, den ich gerne wollte, aber halb so schlimm. Bei der Kurumi-Palette war es, glaube ich, auch so, dass ich die Mattentöne eigentlich ganz in Ordnung fand und die Schimmertöne mich aber nicht überzeugt haben. Ja, Mattentöne kann White & Wild halt wirklich gut, aber bei Schimmertönen sind sie immer so ein bisschen lackluster, um es mal so zu sagen. Es ist halt einfach nicht der Standard, den ich gerne mag bei Schimmertönen. Ich möchte, dass es so extrem metallisch ist. Ich gehe mit dem Finger einmal drauf und es ist so, ja, scheint bright like a diamond ungefähr und nicht so einen ganz leichten Schimmer. Dann brauche ich mir auch nichts aufs Auge geben. Also, ja, da sind sie immer so ein bisschen, hm, nicht so extrem gut. Ich werde mir jetzt auch für den noch keine Wimmertusche drauf machen, weil ich ja die Ice Cream Bee-Palette gleich noch teste. Ich habe euch aber einfach noch ein paar Shades geswatcht. Das ist der erste, der eben nicht überzeugen konnte. Dann, das ist der, den ich schon auf dem Auge habe, der wirklich eigentlich ganz schön aussieht. Dann habe ich euch zwei Mattentöne geswatcht, die wirklich butterweich sind und sehr, sehr schön pigmentiert. Und das sind eben zwei andere Shimmer Shades. Ja, wie ich gerade eben auch schon gesagt habe, die Mattentöne sind wirklich super. Die Shimmer Shades sind halt, ja, nicht so die extrem Metallic Töne. Ich finde sie aber trotzdem nicht schlecht, bis auf den einen hier, den finde ich echt schlecht. Aber die anderen sind in Ordnung. Alles in allem finde ich, ist es eine tolle Palette. Falls ihr also noch keine neutrale Palette haben solltet oder einfach von Wet n Wild mal was austesten möchtet und ein Neutral Lover seid, dann kann ich euch die hier auf jeden Fall empfehlen. Ist eine schöne Palette, es lässt sich gut damit arbeiten und ja, sie ist halt einfach auch echt süß. Ich bin so ein kleiner Cat Lover, deshalb passt die halt. Kaffee und Katze in allem, top. Also die finde ich auf jeden Fall schon mal gut. Die Metallic Töne können mich zwar nicht überzeugen, aber sie sind in Ordnung. Weiter geht es dann mit der Ice Cream Bee Palette. Die sieht so aus, soll nach Ice Cream riechen. Ich finde, sie riecht so nach Vanille, hätte ich jetzt gesagt. Und die ist halt sehr, sehr farbenfroh. Ich finde sie irgendwie cool, muss ich ehrlich sagen. Sie erinnert mich so ein bisschen an die Ice Cream Palette von Glamlite, die ich auch unbedingt haben möchte. Ich habe mir jetzt die Kollaboration mit Mikayla bestellt. Make-up bei Mikayla heißt sie, glaube ich, weil die auch cool aussieht. Und irgendwann bestelle ich mir auch noch die Ice Cream Palette und die Cake Palette. Und okay, irgendwann anders mal. Aber jetzt machen wir mit der weiter, weil sie halt so schimmrige Pastelltöne hat. Erinnert sie mich halt an die Glamlite Palette. Ich würde gerne einen Look mit Braun schminken und einen eben mit Lila. Und dann mit dem Lila Look natürlich die Lila Schimmertöne nehmen und mit dem Braun Look die zwei Grünen. Und was ihr hier auch drin habt, ist so ein Rainbow Shade. Ich weiß nicht, ob man es hier richtig erkennen kann. Der halt extrem cool aussieht. Den möchte ich natürlich auch benutzen. Ich würde jetzt einfach mal mit dem Braun Look anfangen und gehe als erstes in diesen Mustard Shade hier so ein bisschen rein. Der leichte goldene Schimmerreflexe drin hat. Aber das ist eigentlich nicht schlimm. Kann man gut trotzdem benutzen. Der eine Braunton, den ich euch vorher geswatcht hatte, hat ja auch so leichte goldene Schimmerreflexe drin. Die beim Swatchen aber so leicht verschwunden sind. Sie waren noch ein bisschen da, aber man hat sie nicht extrem gesehen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie jetzt die Schimmertöne hier performen werden. In der anderen Palette war es ja wirklich ein Ton, der mir nicht gefallen hat. Die anderen waren in Ordnung. Deshalb bin ich hier schon sehr, sehr gespannt. Und hoffe, dass sie mir alle gefallen. Weil hier in der Palette, muss man auch ganz klar sagen, liegt der Fokus schon auf den Schimmertönen. In der anderen nicht. Da habt ihr auch sehr, sehr viele matte Töne. Aber hier habt ihr halt die Mehrzahl an Schimmertönen drinnen. Und weniger matte Töne. Also müssen die Schimmertöne meiner Meinung nach performen. Ansonsten ist die ganze Palette ja Mist. Ja, der ist schön pigmentiert. Kommt jetzt auch nicht so Mastard-mäßig raus. Gott sei Dank, weil das ist ja nicht so ganz mein Farbton. Und dann gehe ich in den dunkelbraunen Ton. Dafür nehme ich mir auch den Pinsel. Weil das ein relativ kleiner Blenderpinsel ist. Und mit dem verdunkle ich jetzt hier außen einfach so ein bisschen. Nur ganz, ganz leicht. Weil der Fokus ja auch auf den Schimmertönen liegen soll. Ja, ich bin wirklich sehr gespannt, muss ich sagen. Die mattentöne haben sich auf jeden Fall wieder toll verarbeiten lassen, muss ich sagen. Also da kann ich wieder nicht meckern. Ich würde jetzt erstmal hier auch die mattentöne auftragen. Und dann schauen wir uns die Schimmertöne an. Um die Spannung ein bisschen aufrecht zu erhalten. Dann gehe ich für den lila Look erstmal in diesen Shade. Das ist so ein bisschen so ein Morby Braun, Pink. Wie ihr ja schon wisst, bin ich super im Farbtöne beschreiben. Genau meins. Da bin ich echt toll. Aber der sieht auch schon mal sehr, sehr schön aus. Ach, ich liebe es einfach, neue Lidschattenpaletten auszutesten. Ihr könnt auch auf meinem Kanal ja ganz klar erkennen, dass Lidschattenpaletten so meine größte Schwäche sind. Das ist wirklich das an Make-up, muss ich sagen, was ich am meisten kaufe und was mich auch am meisten excited. excited. Also da freue ich mich eben immer, wenn eine neue rauskommt. Bei Face-Produkten auch ja, aber bei Lidschattenpaletten bin ich halt immer sehr schnell zu begeistern. Na gut, das ist jetzt vielleicht auch falsch ausgedrückt, aber ich freue mich am meisten, wenn eine neue Lidschattenpalette rauskommt im Vergleich zu den anderen Produkten eben. Der Ton ist auch wirklich super schön, also gefällt mir sehr gut. Dann gehe ich in den lila Ton mit einem kleineren Pinsel und den gebe ich mir hier an den Rand. Um hier einfach so ein bisschen abzudunkeln noch, wie eben drüben mit dem braunen Ton passiert, so hier mit dem lila Ton. Und den belasse ich aber wirklich hier außen. Der ist jetzt nicht so extrem gut pigmentiert, könnt ihr glaube ich auch sehen. Da hätte ich mir jetzt mehr erhofft. Durch das, wie dunkel er hier ist, kommt er relativ wenig auf dem Auge raus. Das ist jetzt der erste matte Ton, der mir nicht gefällt. Da hätte ich mir mehr Pigmentierung gewünscht. Okay, ich nehme den jetzt trotzdem noch und gebe mir den an den unteren Wimpernkranz. Okay, ist in Ordnung, aber ich muss sagen, das ist wirklich der erste Schimmerton, der mich nicht umhaut. Dann möchte ich als erstes mal in den hier gehen. Das ist nämlich somit die Farbe, die mich auch überzeugt hat, die Palette zu kaufen. Ja, okay, der ist schon mal super. Da bin ich ja schon mal sehr, sehr froh, weil da wäre ich jetzt echt pisst gewesen, muss ich ehrlich sagen, wenn der jetzt nicht funktioniert hätte. Und nach hinten zu nehme ich mir dann den dunkleren Grünton. Und den blende ich hier einfach so ein bisschen oben drüber. Der kommt jetzt natürlich über dem Braun auch nicht so extrem raus wie jetzt der andere, aber er ist trotzdem in Ordnung. Nicht ganz so gut pigmentiert jetzt wie das Mint vorne, aber er ist okay. Okay, noch mal so ein bisschen hin und her. Ja, doch, die gefallen mir schon mal gut. Also die zwei sind in Ordnung. Und dann würde ich mir aber, glaube ich, spaßeshalber den hier noch nehmen. Diesen Rainbow Shade würde ich ihn nennen. Okay, und den drücke ich mir mal hier noch in die Mitte auf. Und da ein bisschen sieht man es. Weiß nicht. Ja, doch, ein bisschen sieht man es schon. Aber ich swatche ihn euch auf jeden Fall nachher noch. Weil so kommt er jetzt natürlich nicht ganz so extrem raus, aber man sieht es ein bisschen. Und für die lila Seite gehe ich als erstes in den und als zweites dann in den hier. Nehmen wir uns erstmal den rosa Ton hier auf. Ja, der ist auch schön. Cool. Und dann gehe ich in den lila Ton. Und dann gehe ich mir nach hinten zu so ein bisschen auf. Ich habe das Gefühl, die dunkleren Töne sind nicht so gut pigmentiert wie die helleren. Also man merkt das auch, wenn man mit dem Finger reingeht. Die zwei hier sind extrem cremig. Also richtig, richtig cremig. Und die dunkleren, die ich jetzt benutzt habe, die sind ein bisschen härter gepresst irgendwie. Da habe ich das Gefühl, wie auch bei der Palette, der hier, die sind härter gepresst. Da kommt einfach weniger Pigment raus. Ja, also die helleren Töne waren echt super. Die dunkleren sind einfach meiner Meinung nach vielleicht ein bisschen zu hart gepresst. Und geben deshalb nicht genug Pigment ab. Ich würde jetzt mal sagen, ich mache mir Wimperntusche drauf. Und dann swatche ich euch nochmal ein paar von den Shades. Und vor allem natürlich auch den Rainbow Shade, auf den wir glaube ich alle warten. Das sind dann die finalen Looks. Wie gefallen sie euch? Ich finde, sie sind beide sehr schön geworden. Mir gefällt eh dieses Pastellschimmer mäßige. Das liebe ich ja. Und es sind schöne Sommerlooks. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe euch jetzt natürlich noch die Töne geswatcht. Und meine Annahme bestätigt sich. Ihr habt wirklich zwei unterschiedliche Qualitäten an Shimmer Shades in dieser Palette. Ihr habt welche, die sehr, sehr cremig sind. Wozu zum Beispiel der Mint-Ton gehört, den ich auf dem Auge habe. Der Rosa-Ton und auch dieser Orange-Ton. Und dann habt ihr Shimmer Shades drin, die einfach härter gepresst sind. Und dadurch nicht so schön Pigment abgeben, wie das Dunkelgrün zum Beispiel. Was nicht so toll pigmentiert ist. Und auch das Pink ist ein bisschen härter gepresst. Also ja. Und dann habt ihr den Weiß-Ton, der so ein bisschen bläulich schimmert. Und das ist der Rainbow Shade. Jo. Unspektakulär. Da finde ich den weißen Shade fast cooler. Muss ich ehrlich sagen. Die mattentöne waren wieder alle toll. Aber bei den Schimmertönen muss ich auch sagen, habt ihr wieder Hits and Misses drinnen. Ihr habt welche, die toll funktionieren. Wie der, der, der und der, in die ich jetzt eben reingegangen bin. Und dann habt ihr welche, die einfach zu hart meiner Meinung nach gepresst sind. Wie zum Beispiel der, der grüne und der lila. Sehr schade. Ich muss sagen, eigentlich erwarte ich, dass wenn ich eine Palette kaufe, dass die Qualität aller Shades eben auf einem Level ist. Und nicht, dass ich welche drin habe, die toll funktionieren. Und welche, die nicht toll funktionieren. Um es mal so auszudrücken. Also ich, da muss Wet and Wild noch ein bisschen nachlegen, was die Konsistenz, Konsistenz? Na, wie sagt man das? Was eben das Level der Shades angeht. Dass sie einfach alle gleich gut sind. Oder alle gleich schlecht. Vielleicht, damit man die Paletten nicht mehr kauft. Nee, aber da müssen sie auf jeden Fall noch ein bisschen nacharbeiten, finde ich. Weil das eben in beiden Paletten jetzt aufgefallen ist. Und das finde ich natürlich schade. Ansonsten hoffe ich trotzdem, dass euch das Video gefallen hat. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welcher Look jetzt so für euch der schönste war. Der neutrale, der mintige oder der lilane. Und schreibt mir auch, wie ich vorher schon erwähnt habe, gerne in die Kommentare, was ihr von Wet and Wild schon so ausprobiert habt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert mich, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss. Tschüss.